Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Pokémon Legenden Arceus Guide. Heute geht es um die Verzerrung des Raum- und Zeitgefüges. Das sind diese Bubbles, die auf der Karte auftauchen, falls ihr die schon mal gesehen habt. Diese könnt ihr, nachdem ihr Axandor besiegt habt, das ist im Prinzip storymäßig relativ am Anfang, ich mache jetzt keinen Spoiler. Und wenn ihr das geschafft habt, dann können auf der Karte solche Kugeln auftauchen. Ihr bekommt eine Meldung auf der Karte, dass in Kürze so eine Verzerrung stattfindet. Das ist so fünf Minuten vorher ungefähr. Und dann seht ihr eine Kuppel, die spawnt schon direkt. Wenn ihr am Anfang in diese Kuppel reingeht, das seht ihr jetzt hier in diesem Video, dann ist in dieser Kuppel noch alles wie ganz normal. Weil das die Verzerrung halt noch nicht begonnen hat. Das ist im Prinzip nur, um euch zu sagen, jo, da hinten ist eine Verzerrung. Und dann geht ihr hin. So, ihr wartet dann und irgendwann, nach fünf Minuten circa, startet so gesehen das Event und die Kuppel verdunkelt sich. Und dann spawnen da besondere Pokémon, die man normalerweise nicht in dieser Region bekommt. Oder halt, man spawnen mehrere Elite-Gegner zum Beispiel nacheinander. Also da müsst ihr schon ein bisschen aufpassen. Das ist teilweise schon nicht ganz so einfach da drin. Gerade am Anfang ein bisschen schwer. Aber ihr könnt, wenn ihr gut vorgeht, euch da, ich sag mal, relativ gut krasse Pokémon rausholen. Plus, ihr bekommt super coole Items, ja. Also ich geh mal so ein bisschen durch, Leute. Es gibt halt wirklich, ähm, noch keine hundertprozentige Info. Deswegen auch damit, Leute, ich nutze jetzt die Seite von Bisa-Fans. Das füllen wir jetzt mal ganz kurz drauf. Ähm, so, wartet kurz. Erstmal ein gutes Bildchen machen. So. Also hier haben wir zum Beispiel, ihr seht, ich zeige es euch, wie gesagt, ihr habt ja Ingame auch schon mal gerade gesehen. Ähm, wir haben ja einige Pokémon, zum Beispiel im Obsidialen Grasland soll es diese Pokémon zum Beispiel geben. Also ich habe auch schon, Fulipoborn, habe ich auch schon drin gesehen. Ähm, hier im Roten Sumpfland zum Beispiel, wie jetzt auch hier in dem Video. Porygon war da, die waren alle schon da, das stimmt. Ähm, Bautz am Gradochberg wird nicht das Einzige sein. Und Bautz, und auch hier nochmal, Bautz, ähm, Feuerriegel, Otteru, könnt ihr erst nach den Schlusscredits in den, äh, Dingern fangen. Das heißt im Prinzip, ihr werdet am Anfang noch kein weiteres Bautz finden können. Aber hier zum Beispiel fehlt noch eine Info. Im weißen Frostland, ähm, können die hier drin sein. Und was der wichtige Punkt ist, fast schon, ist die Items, Leute. Ihr bekommt ein, so wie alle Entwicklungsitems. Plattstein, Donnerstein, düster Umhang, Feuerstein, Finsterstein. Hier die ganzen Stücke, Leuchtern, Magmarisierer, Metallmantel, für die, die Scherox haben wollen zum Beispiel. Aber auch Beispiel Nugget, Poporstück. Verbindungsschnur zum Beispiel braucht man ja auch jetzt, um diese Pokémon, wie zum Beispiel Mashok und, äh, Apollo zu entwickeln. Ähm, braucht ihr die zum Beispiel. Also diese ganzen Items, auch den Schwarzaugid, den ihr im Prinzip für, ähm, Axanthor selber braucht. Auch diesen könnt ihr alles in dieser Raum- und Zeitgefüge finden. Was richtig krass, allein es lohnt sich schon wirklich, jede mitzunehmen, um nur durchzulaufen, um die Items rauszuholen. Ähm, wenn ihr die Pokémon noch nicht besiegen könnt oder da welche sind, die euch nicht interessieren, uninteressant, ja. Holt ihr zumindest die Items, jeden Stromerisierer, den ihr vielleicht findet und ihr wollt einen Elevoltec zum Beispiel haben, habt ihr es halt schon mal. Es kann ja sein, dass ihr danach Beispiel keinen mehr findet oder selten einen findet, genauso wie, ähm, auch andere Pokémon daraus. Deswegen, ähm, würde ich sagen, nehmt diese auf jeden Fall mit, wenn ihr welche seht und falls ihr irgendwas Specialmäßiges rausholen könnt, ähm, ja, nehmt's mit, würde ich sagen, Leute. Also da kann man schon, wie gesagt, auch gerade wenn ihr merkt, oh, ich sag jetzt mal als Beispiel, ja, ihr seid mit Feuerregeln gestartet oder habt generell ein Feuer-Pokémon dabei und ihr seht da, das baut jetzt eine Elite-Parasek drin, wo ihr wisst, okay, mit einer Feuerattacke easy zu besiegen. Ähm, NOFA sendet einfach die EP mit, wisst ihr, was ich meine, wenn ihr eh schon da seid, nutzt das aus. So, Leute, ich würde sagen, das war's eigentlich von diesem kurzen Video zum Verzerrung des Raum- und Zeitgefüges. Wenn ihr weitere Guides sehen wollt, schreibt mir in die Kommentare was, ich setz mich dran, wir sehen uns, bis denne, ciao.